ARD Text im Auftrag von Funk Ich habe schon wieder die Störung vergessen in dem Spiel. Könnt ihr das glauben? Ah, stimmt. Hier waren wir. Diese Bildung sind unterschiedlich aus den vorherigen. Sie beschreiben die Bomben, die die Stadt am Anfang der Pandemie verletzten. Ich weiß, ich bin von oben gekommen. Ich glaube, ich habe das schon wieder falsch gemacht. Ja, ich töte mich nochmal. Ich meine, so fängt halt eine gute Folge an, ja, mit dem Tod des Hauptdarstellers. Weil das halt so ist. So. Wie war das denn? Wie habe ich das gemacht, das letzte Mal? Du brauchst Hilfe, Mr. Wayne? Ich kann er da gar nicht rüber, das ist ja gar nichts, oder? Okay, wir können uns auch runterfallen lassen, ohne dass uns was passiert. Kann ich das? Ach, ich kann hier einfach hoch. Oh. Totale Blamage. Das ist toll. Wenn man sich so richtig schön blamiert. So. Das senkt das Wasser. Das rote X lässt die Leiter runter. Okay. Da Wayne ja nicht schwimmen kann, ist das alles ein bisschen tricky. Sonst hätte ich einfach gesagt, hey, schwimm doch einfach rüber. So, der Zombie ist auch hoch. Aber da stirbe ich nicht, da springe ich einfach drüber. Oh, bin ich blöd. Jetzt habe ich nicht mehr gewusst, was passiert und drehe einfach um. Diese Trappen sehen, wie sie haben wir das letzte Mal auch noch gemacht, oder? Das ist immer so das, was ich hasse an solchen Spielen. Kein Freispeichern mehr seit Jahren, ja. Der Asus ist eines Fremden. Sein Name lattet K.R.B.I.N.G. Okay. Kann ich da runter? Ne, kann ich nicht. Geh wieder hoch. Die förderte V2Strain. Muss ja nicht sein. Ja, das ist das, was mich schon immer gestört hat, seit alles ja so konsoliert geworden ist. Einfach die Tatsache, dass du nicht mehr frei speichern kannst. Du hast immer diese blöden Checkpoints. Und du weißt auch nicht, wo sind die Checkpoints gesetzt, ja. Wann kannst du aufhören und musst nichts mehr nachspielen. Früher war Speichern gang und gäbe, dass du überall, zu jeder Zeit gespeichert hast. Aber heutzutage, wir bewegen uns definitiv rückwärts. Etwas blockiert die Maschine, das ist natürlich nicht gut. Ich hoffe, das wird in der nächsten Generation, die jetzt dann mal kommt, ein bisschen anders. Aber ich glaube das gar nicht. Das war knapp. Okay, das ist neu. Das ist neu. Da unten rechts kann ich was zerbrechen. Ich glaube, jetzt will ich das. Mit der Hunderprobe, der irgendwo Zombie ist, oder? Dutz. Ah, ich brauche die Kiste, natürlich. Natürlich. Ohne Kiste geht's nicht. Zieh mal noch eins weiter. Muss ich da gegen die Wand springen? Kann das sein? Nee. Ach, Moment. Das wird jetzt wieder sowas sein, wo ich das Wasser einlassen muss, dass die Kiste nach oben treibt, dass ich da rauf springen kann. So mittig irgendwie wahrscheinlich. Und dann springe ich zu weit und verrecke im Wasser. Das ist natürlich blöd, wenn du Sprünge hast, die kürzer sein müssen als dein Anlaufsprung. Aber länger als der normale Sprung. Was ist das? Ohne Kiste geht mein. Wer macht denn sowas? Aber ich könnte mich mal hier unten umgucken, da war ich nämlich auch nicht. Ist das hier irgendwo was? Nö. Überhaupt nix. Ich bin auch gespannt, ob wir von der Ratte irgendwann mal wieder unsere ganzes, unsere ganze coole Ausrüstung bekommen, ja? Aber das nervt mich schon. Ich hatte schon einen Revolver und den hätte ich gern wieder zurück. Jetzt habe ich nur so einen blöden, wie nennt man das? Steinschleuder? Das ist natürlich nicht ganz so toll. So, ein normaler Sprung wird wahrscheinlich zu kurz sein, oder? Wayne, warum hältst du dich nicht oben an der Kiste fest, bevor du ins Wasser rutschst? Warum? Muss ich das verstehen? Nee, einfach mit dem Gesicht gegen das Holz, bumm, oh, ich ertrinke. Ja, okay, ein normaler Sprung reicht völlig aus, ich habe es gerade getestet. Ich habe es gesehen, es reicht. Gott sei Dank, es reicht. So, so ungefähr. Warum sterbe ich bei den einfachen Rätseln eigentlich immer öfter? Ich glaube, ich sollte mir Gedanken machen. So. Gott war das einfach. Also, wer hier stirbt, der darf aufhören. Okay, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Uh, da liegt wieder was. Was haben wir denn da? Ich weiß nicht, warum man sich entschieden hat, die Zombie-Schatten zu nennen. Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Hört sich blöd an. Kann ich mich da nicht abstoßen? Ah, ich muss nur richtig und schneller drücken, dann geht das auch. Ah, das Ding gibt noch, oder? Nee, doch nicht, Gott sei Dank. Wie tief sind wir da unter der Erde, bitte? Das Labyrinth der Ratte ist ja riesig. Lass mich raten, ich muss oben drüber. Okay, das war gar nicht so schwer eigentlich. Das war ein richtig schöner Hindernisparcours. Was haben wir denn hier? Etwas blockiert die Maschine. Das ist natürlich nicht gut. Funktioniert immer noch nicht. Vielleicht steckt noch irgendwo was fest. Ist das da drüben die Ratte, oder ist das ein Zombie? Nee, das ist die Ratte, oder? Ich kann nicht gehen. Folle diesen Weg, um die alten Subway-Station. Wenn du nach außen kommst, schau dir das Haus, das in den Trenn wächst. Ich kann jetzt die Plattform in meinen Sonn, bevor diese Männer kommen. Und ich werde dir helfen, diejenigen, die du für dich achten. Okay, wir können das jetzt aktivieren. Ich denke mal, das geht auf Zeit, oder? Ach, das ist eine U-Bahn. Jetzt, halt, jetzt sehe ich es erst. Ich dachte, das wäre ein Aufzug. Ich glaube, ich sollte mich beeilen. Zombie, nicht gut. Letzter Eintrag im Tagebuch eines Überlebenden, den die sich unterirdischen Bahner versteckt hatten. Anscheinend hatten sie ewig die Hoffnung auf eine Rettung der Armee verloren. Einen Verbandskasten, den brauche ich jetzt nicht, denn ich bin topfit. Wie gesagt, wir haben alle Auswahl. Er hat sich entschieden, hier ein Nest zu bauen, im Nachhinein der Krieg. Einige nennen es Survival, andere Denial. Nein, komm. Ich müsste den Ding verschieben, oder, dass ich da raufkomme? Definitiv interessant, ja, aber wie soll ich das bitte machen, ohne zu sterben? Jetzt liegt der Zombie davor, jetzt kann ich ihn nicht verschieben. Gott, verdammt. Kann ich die da runterlocken, vielleicht? Zumindest ein bisschen, irgendwie. Kann ich auch nicht hoch. Jetzt kommt man alle auf die rechte Seite, dann springe ich über euch drüber und kraxle links wieder hoch. Jups. Gut, dass Zombies nicht intelligent sind, da bin ich schon froh drüber. Ich hätte aber trotzdem gerne meine Feuerachse und den Revolver, wenn es gehen würde. Weil, wie es aussieht, gehen wir wieder an die Oberfläche. Das heißt, der Hindernis pro Köln unten ist vorbei. Ich muss ja den Sohn der Ratte finden, fällt mir gerade ein. Stimmt, wir haben ein Abkommen. Nöttlicher Vorart, 5. Juli 1986. Die Tür ist verschlossen. Wenn ich seinen Sohn finde, erzählt mir die Ratte, wie ich zu meinen Freunden und meiner Familie gelangen kann. Oben fühle ich mich nicht mehr sicher. Hier im Verborgenen habe ich eine neue Perspektive gefunden. Das neue Gesetz ist schlimmer als die Schatten. Ich mache mir Sorgen um seinen Sohn. In dieser Welt ist niemand mir sicher. Er ist in Gefahr. Ich muss das Haus, das im Baum wächst, finden. So, wir machen aber natürlich auch weiter mit dem Tagebuch. Wo habe ich denn da aufgehört überhaupt? Hm. Wo habe ich da aufgehört? Ich glaube, das war das Letzte, oder? Glaube ich. Okay, mach einfach mal weiter. 5. Dezember. Trotz der Migräne könnte ich noch immer alles vergessen und mir nur der guten Dinge in mir bewusst sein. Als meine Großmutter mütterlicherseits mit über 80 gestorben ist, saß nur die Krankenschwester in ihrem Bett. Die alte Frau hat allein gelebt und ist alleine gestorben. Die Schwester sagte, meine Großmutter hätte vor dem Sterben den Kopf gehoben und sich umgesehen. Als würde sie jemanden suchen, als würde sie sich wieder hingelegt und sei gestorben. Es besteht kein Zweifel daran, dass mich eine Leere umgibt, aber ich bin auch davon überzeugt, dass ich noch nicht ganz hineingefallen bin. Manchmal spüre ich, dass ich nur den Kopf heben muss, um auf die andere Seite zu gelangen. 12. Dezember. Lydia besitzt all die Fantasie, die ihrer Mutter abgeht. Shannon war einige Tage lang besorgt und wütend. Mir ist klar, dass sie sauer auf mich ist. Mir ist klar, dass ich mehr Zeit draußen verbracht habe, als ich sollte. Doch aufgrund der Jahreszeit und der Schwierigkeiten mit den Wilderern konnte ich nicht mehr für sie tun oder für uns. Das weiß ich und es tut mir leid. 25. Dezember. Gefällt es dir nicht, Randy? Der Berg ist wunderschön. Frohe Weihnachten. Alles Gute für 1986. 14. Januar. Gestern war ich zum ersten Mal seit einem Jahr wieder in Harris Bar. Ich mag keine geschlossenen Räume. Ich wollte mit Ben ein Bier trinken und danach wieder verschwinden. Aber er hat sich verspätet. Die stickige Luft in der Bar und die ganzen Stammkunden, die jeder meiner Gesten analysieren mussten, machten mich immer nervöser. Es gefällt mir nicht, wie mich die Typen ansehen. Ich mag es nicht, wie sie sprechen und wie sie lachen. Selbst wenn ich ihre Worte nicht verstehen kann, bin ich davon überzeugt, dass sie über mich reden. Als Ben kam, brachte er einige Artikel mit, die er aus der hiesigen Zeitung ausgeschnitten hatte. Er ist besorgt wegen der Angriffe im Wald. Was will er mir sagen? Ich kann nichts tun, aber Ben hat sich durchgesetzt. Er glaubt, das Beste wäre, wenn wir mit einigen Leuten aus der Stadt in den Wäldern auf Bärenjagd gehen. Er ist davon überzeugt, dass die Leute aus der Stadt zurückkehren, wenn wir einige verjagen und dass die Geschäfte wieder besser laufen werden. Ich habe ihm meine Meinung gesagt. Das Aas nährt den Boden und selbst wenn einige Tiere vertreiben, werden neue herkommen. Zieht man heute einen Fangzahn, ist morgen ein neuer gewachsen, der deutlich kräftiger ist. So ist die Natur nun mal. Und die Menschen, die sie kontrollieren wollen, gleichen ihr. Okay, genug gelesen. Ich würde sagen, machen wir weiter. Die Tür ist verschlossen. Kann ich da die Scheibe? Ja, ich kann die Scheibe einschießen. Das war natürlich jetzt semi-optimal. Ja, Randy, dass du nicht alleine bist, das hättest du dir denken können, wenn hier überall Schatten in Anführungszeichen rumlaufen. Und ist das überhaupt sicher, wenn man das in echt machen würde, wenn man mit der Hand auf ein Stromkabel fetzt? Ich weiß es gar nicht. Da hinten hat sich gerade ein Auto überschlagen und explodiert. Oh, ich bin hingefallen. Die Beste habe ich jetzt nicht gesehen. Oh oh. Kann ich da durch? Natürlich nicht. Aua. Lass mich einfach über den Zaun, mehr will ich gar nicht. Oh. Nein! Kleiner Scheiße, ich war schon auf dem Dach her. Nicht mehr lebendig. Ach, herrje. Ist schon traurig, wie eine Nachbarschaft so zugrunde gehen kann. Aber gut, die können ja nichts dafür im Endeffekt. Gott wird dir vergeben. Ja, Gott wird dir vergeben. Ein Rosenkranz mit Holzperlen. Daran hängt ein Kreuz aus weißen Elfenbein. Ein Christ würde ihn nie aus der Hand geben, um nicht in die Hölle zu kommen. Tja, ich denke mal, er hat den ja nicht aus der Hand gelegt. Der ist einfach nur gestorben. Was haben wir hier? Maximale Ausdauer erhöht. Praktisch. Wenige bitte wieder nach oben. Und schon hat mich der Zombie wieder in der Hand. Das finde ich nicht gut. Die Emsenergie wäre echt mal wieder nett. Kommt mal alle rüber. Ich hoffe, er schafft den Sprung auf den Strommast. Natürlich nicht. Aber ich könnte von hier, oder? Ja, schafft er. Wunderbar. Wayne, du bist der Beste. Und ich bin immer noch beleidigt, dass ich meinen Revolver nicht mehr bekommen habe. Das stinkt mir. Und auch die Feuerachse ist weg. Das ist schon echt übelst gemein, hey. Ich meine, was will denn der alte Mann damit? Wobei, eigentlich, wenn ich seinen Sohn suchen sollte, sollte er mir das Zeug wieder geben, oder? Was haben wir hier? Ein Ausschnitt aus dem West Seattle Herald vom 8. Februar 1986. Darin geht es um einen berühmten Kometen, der der Erde sehr nahe kommen wird. Die Astronomenwelt verfällt dem Phänomen. Ja, keine Ahnung. Konnte ich nicht mehr lesen. Huch, noch mehr Zombies. Rappata. Huch, ist das immer eine knappe Geschichte. Bin ich hier richtig? Auch immer nett, dass die aus dem Hintergrund auftragen, die blöden Zombies. Ah, da, 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 da. Ich bin auf der Durchreise. Wieder Tschüss. Ach, hey. Da oben wäre ein Erste-Hilfe-Kasten. Ich habe ihn gesehen, aber... Du kannst deine Stelle benutzen, um Objekte zu interagieren, die sich außerhalb deiner Reichweite befinden. Vielleicht das Fenster? Nee. Ach, das Auto. Ach, das ist natürlich gar nicht blöd, ne? Das wird gleich wahrscheinlich wieder das Stromkabel reißen. Gehe ich mal davon aus. Aber ich würde mal sagen, ich lasse Wain jetzt mal hier hängen über den Zombies und sag da mal, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Deadline. Stay tuned. And so long.